Ich würde einfach sagen, dass das hier Lied ist. Ich wollte es an einigen Tagen nicht mehr um Ohren oder unten ist. Ich würde... Habt ihr gedacht, wir lassen euch hier gehen und dass ihr das Lied singt? Ihr müsst doch sagen, was ihr gelernt habt heute. Wenn die Leute fragen, was haben die Söhne gesagt? Ja, die haben da so ein Lied mit oben oder unten. Das ist ja komisch. Wenn die nur oben oder unten hören, dann reduzieren die uns nur auf unsere SM-Kürze und da ist ja nichts dran. Deswegen müsst ihr das ganze Lied singen können und auch noch gut singen können. Deswegen muss ich jetzt natürlich auch dahinterher sein, dass ich höre, dass es auch geil klingt. Und ich weiß ja, dass es geil klingt. Checkt es. Ich würde einfach sagen, dass das hier Denn ich weiß ein Nicht mehr wo oben oder unten ist Ich würde einfach sagen, dass das hier lieber ist Ich würde einfach sagen, dass das hier lieber ist Ich würde einfach sagen, dass das hier lieber ist Ich würde einfach sagen, dass das hier lieber ist